hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie und königsfreunde strategie spiel und königsfreunde zu majesty 1 hd ja erst mal vorweg ich starte wieder aus dem hauptmenü raus ich hatte zwar in der letzten aufnahme session ein save game angelegt aber ich habe mir ein paar gedanken gemacht und mal im internet ein bisschen nach einem nach der hilfestellung zu den beiden missionen an dem wir gerade hängen gesucht erst mal wie ich gerade gucken ich habe eine mod installiert nämlich im prüft guards will ich einfach mal ausprobieren wenn schon für matches tiefes alte mods rausgekommen sind die das spiel ein bisschen verbessert sollen also das ist jetzt keine im bar mod dann will ich sie doch mal benutzen im prüft guards macht es eigentlich nur nichts weiter als die guardsmen und die guards guard hauses ein bisschen zu verbessern also nicht arg verbessern nur ein bisschen also die stats von den wachen und die lebenspunkte vor allem die reichweite von den guard häusern weil ich finde schon die könnten ein bisschen nützlicher sein dafür dass die eigentlich essenziell fürs spiel sind auch im matches die zwei nachher sind sie recht wichtig und da können sie wenigstens was deswegen habe ich jetzt einfach mal diese mod hier mit rein gepackt und kann sie aktivieren und deaktivieren so aktiviere ich sie mal und dann werden wir ja uns erst mal mit der elfen treachery beschäftigen weil nachdem ich da mir die tipps eingeholt habe wie man die mission am besten macht also komplett lösung kann man nicht sagen weil es sind ja immer zufalls generierte maps und so aber nachdem ich die tipps davon gelesen habe denke ich mal dass wir erst die mission machen sollten und dann die wifte diemen so das können wir überspringen das können wir 50.000 gold in 30 tagen das dürften wir hinkriegen so wir lassen die schmiede in ruhe wir bauen eine gnome hovel wir bauen gleich unseren ersten marktplatz und unser erstes guard haus und dann kommt eine rogue gilde sobald wir den gnome hovel haben ich finde es lustig wie sie daran rumsiegt so gnome rekrutieren die uns beim bauen helfen sollen und dann die rogue gilde hier oben hinsetzen so hoffen dass der bald weg geht oder sich passant so da ist unsere erste wache man merkt schon die guards männer sind ein bisschen besser so marktplatz weiter upgraden und gleich schon mal den nächsten marktplatz hier oben bauen so und jetzt kommt die große frage mal sehen ob die mod klappt so die city guard ist noch in ordnung so weiter mit der diebes gilde weiter mit dem forsch das war einer meiner type so das war das war meine wache ich frage mich gerade wo meine zweite wache bleibt da ist sie und sie ist level 2 also klappt das schon mal so noch ein rogue dass wir als nächstes gleich mal den palast upgraden können neue market day ausrufen noch ein gard haus hier platzieren und dann platzieren wir mal ein so die elfen halten sich größtenteils von meiner satteln wir entfernen so wo platziere ich den letzten marktplatz im augenblick im augenblick nirgendwo ich brauche lieber noch mal ein in hierhin ihr heimisch wir haben das gard haus wir haben noch ein paar viele elfen so wir haben auch eine palastwache jetzt gut dann noch den marktplatz upgraden und veteranen das war einer meiner meiner diebe deswegen produziere ich gleich mal einen neuen und jetzt kommen marktage so da die gegner meistens von unten kommen werde ich mal gucken ob das war wieder einer meiner diebe eigentlich sollte ich noch eine inbauen und dann sollte das eigentlich fast schon reichen ich habe mein gold ich bin mehr ich bin groß Die Gilde werde ich auch mal upgraden. Dass wir im Notfall immer Geld klauen können. Dass wir schneller ans Geld kommen. So, und unsere Fountain ist da. Ey, unsere Pala... Also Veteran-Guards und Palace-Guards, die können sich jetzt upleveln. Das ist jetzt der Hauptunterschied zu den Improved-Guards-Mod, die ich jetzt installiert habe. Mal gucken, ob ich da den Explorer-Fleck hinsetzen kann. Ja, die Elfen leveln halt dadurch ab, dass sie meine Wachen töten. Sie trauen sich... Sie trauen sich aber nicht näher ran an mein Settlement. Einfach wegen meinen Guard-Türmen. Wenn ich hier noch einen hinbauen würde. Das war mein Text-Collector. So, noch ein Market Day. Okay. You've been here for repair-toe? Refreshing. In the name of the sovereign! Ah, ja, gut. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass man Gebäude von der Reparatur und der Steuerroute entfernen kann. Also wenn ich gerade mal die beiden Dinger von der Steuerroute entfernen, dass sich unser Text-Collector von denen fernhält. So, da oben haben wir jetzt ein bisschen Freiraum und können da vielleicht noch ein Marketplace hinsetzen. Ja, hier können wir ein Marketplace hinsetzen. So, mehr Marketplace. So, der da fühlt sich gestört durch den Redman und tötet ihn auch. So, Marketplace erforschen, alles erforschen. Und ja, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch warten und Geld sammeln. Obwohl ich gerne hier noch mein Garthaus hätte. Einfach, dass sie sich noch schneller verkrümeln. So, neue Markttage raushauen. Und ja, das sind gerade sehr viele Elfen. So, das ist ein paar Mal. So, das ist ein paar Mal. Wielforschen. 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 Wielforschen.